Einfaches Kokosnuss-Orakel Materialien Vier Fragmente einer Kokosnussschale, Wasser und eine Schale Ziel Das Kokosnuss-Orakel ist nahezu identisch mit dem Kauri-Muschel-Orakel und dient der Kommunikation einerseits mit den Orishas oder Ahnen, wie auch der Beantwortung simpler Ja-Nein-Fragen darüber, ob ein Opfer an die Orishas oder Ahnen notwendig ist oder ob das Opfer angenommen wurde. Ablauf Vorbereitung Eine Kokosnuss wird zunächst in Wasser eingelegt, dann wird sie zertrümmert, sodass man Schalenfragmente inklusive des weißen Fruchtfleischs erhält. Es werden insgesamt vier Schalenfragmente benötigt. Das Wasser wird später noch im Orakel verwendet und darf daher nicht weggeschüttet werden. Es beginnt, indem der Wahrsager den Mittelfinger der rechten Hand in das Wasser taucht und entweder bei der Anrufung der Orishas die eigene Stirn, Schädeldecke, Nacken und den Nabel berührt oder bei der Anrufung der Ahnen wird mit dem Mittelfinger der Ahnenaltar besprenkelt. Falls kein Ahnenaltar vorliegt, besprengt der Anrufer seine Füße. Anschließend wird der Mittelfinger erneut ins Wasser getaucht und die Orakelfläche besprenkelt. Gebet an die Ahnen oder Orishas Es folgt ein Gebet, um die Mächte des Himmels anzurufen. Es folgt der Wurf der vier Kokosnussstücke. Die Kokosnussstücke werden auf die geweihte Orakelfläche geworfen. Je nachdem, wie die Stücke zum Liegen kommen, wird der Orakelspruch ermittelt. Die weiße Fruchtfleischseite gilt dabei als ausweitend und hell, die dunkle Schalenseite als zusammenziehend und dunkel. Kombination 1 Nur Fruchtfleischseiten Die Antwort lautet Ja, alle Energien fließen frei und ungebunden, doch das Schicksal ist wankelmütig. Der Fragesteller sollte fokussiert und ruhig voranschreiten. Doch kann das Ja durch Einflussfaktoren durchkreuzt werden, die außerhalb des Sichtfelds des Fragenden liegen. Die Kokosnussstücke sollten in dieser Sitzung nicht nochmals geworfen werden. Kombination 2 Drei Fruchtfleischseiten und eine Schalenseite Während die drei Fruchtfleischseiten eine möglicherweise positive Antwort nahelegen, weist die Schalenseite auf einen konkurrierenden Einfluss hin. Diese sät den Samen des Zweifels. Der Fragende sollte seinen Einschätzungen nicht vollends vertrauen, da Einflussfaktoren im Dunkeln liegen. Diese verborgenen Faktoren bringen Unsicherheit. Um Sicherheit zu erlangen, sollten die Schalen nochmals geworfen werden. Erscheint im zweiten Wurf die Kombination 1, 2 oder 3, so lautet die endgültige Antwort Ja. Erscheint die Kombination 4 oder 5, so lautet die finale Antwort Nein. Wurden die Schalen vor einem Ritual geworfen, um die Orishas hinsichtlich der Ritualdurchführung zu befragen, so deutet diese Kombination darauf hin, dass die eigenen Energien für das Ritual nicht ausreichen könnten und das Ritual möglicherweise nur unter größter Mühe vollendet werden kann. Kombination 3 Zwei Fruchtfleischseiten, zwei Schalenseiten Diese Kombination wird als starkes Ja angesehen, da die Seiten ausbalanciert sind. Körper und Geist, Verstand und Emotionen sind im Einklang. Anders als bei der Kombination 1 ist das Ja hier stabil und ohne Unsicherheit. Kombination 4 Eine Fruchtfleischseite, drei Schalenseiten Diese Kombination weist auf ein Nein hin. Die drei dunklen Schalenseiten bedeuten entgegenwirkende Kräfte. Blockaden verstellen den Weg zu Chancen und verhindern diese. Die günstige Gelegenheit verschwindet, während die einzelne Fruchtfleischseite auf eine minimale Restchance hinweist. Ein letzter Versuch, das Unglück abzuwenden, ist möglich, doch scheitern wahrscheinlich. Der Fragende sollte Vorsicht walten lassen, um nicht über die vor ihm liegenden Hindernisse zu stolpern. Auch weist diese Kombination darauf hin, dass eine Handlung scheitert, weil Hingabe und Selbstverpflichtung fehlen. Eine singuläre Anstrengung führt selten zum Erfolg. Kombination 5 Vier Schalenseiten Diese Kombination weist auf ein definitives Nein hin. Es verbleibt bei vier dunklen Schalenseiten nur vollständige Finsternis. Das Nein ist Absolut und das weitere Verfolgen des eingeschlagenen Wegs führt zu Unheil. Abschluss des Orakels Der Wahrsager bedankt sich bei den Ahnen bzw. Orishas für deren Hilfe. Er kann bei den Ahnen ein Opfer anbieten und hierzu nochmals die Kokosnussschalen werfen. Bei den Kombinationen 1, 2 oder 3 sollte den Ahnen bzw. Orishas das Wasser sowie die Schalenfragmente bzw. andere Gaben als Opfer dargebracht werden. Bei den Kombinationen 4 oder 5 verlangen die Ahnen bzw. Orishas kein Opfer. Variationen Während frische Kokosnussschalen nur für ein Orakel verwendet werden können, kann das Fruchtfleisch aus den Schalen gelöst werden. Anschließend können die Fragmente dauerhaft verwendet werden. Um die Seiten deutlicher auseinander halten zu können, ist es möglich, die Innenseite der Schale weiß zu lackieren. Das war meine Vorstellung des Kokosnussschalen-Orakels aus dem Voodoo. Falls Euch das Video gefallen hat, so würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss!